Okay, supi. Geil, wa? Nicht... Oh, Netherreaper... Alter! Nein! Hilfe! Arschloch! Kopfschuss! Beide Beine weg! Nimm die Sachen mit. Dass diese Arschgeigen mich immer so erschrecken. Alter, ich wollte das gerade hier wegmachen. Netherclaw. Achso, du musst den wegmachen. Den muss ich wegmachen. Achso, den muss ich wegmachen. Okay. Hab ich weggemacht. So, dann... Oh, da ist der Nächste. Komm, mein Freund. Komm zu Papa. Da, nimm noch was mit. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt hier runter. Hast du weggemacht das Ding? Ja, hab ich. Guck doch. Cool. Bei mir ist nix mehr. Lass uns mal gucken, wie wir am schnellsten hier rüberkommen. Vielleicht über die Bahn da hinten wieder. Komm mit, wir gehen einfach mal hier runter. Jetzt wird's noch langsam ein bisschen lustiger. Spannender mit den Gegnern anscheinend. Na, die sind gerade unlustig. Obwohl, das mag vielleicht daran liegen, weil wir hier in der Nähe des Root Drops sind, der da mal war. Der war mal, ja. Ja, den Schnittchen und dem Kubus sein Schnittchen eingesagt haben. Wir müssen, glaube ich, nach links irgendwie gleich rüber. Nach links? Ja, wenn man... Oh, hier ist nur Wasser hier. Hier kann man nicht weiter. Lass uns hier über die Gebäude gehen. Ja, dann lass uns mal hier hoch. Denke ich. Glaube ich. Ja, vielleicht geht das. Ich bin mir da nicht so sicher. Schwie ist das nicht. Also hier war schon jemand. Tja. Oh, da ist ein Kotzkopf. Was macht denn der hier? Batsch. Umkotzen. Voll explodiert. Da, sammle die Kohle ein. Dann nimm doch mit. Ich glaub's ja wohl nicht. Kannst du doch nicht liegen lassen. Doch. Apokalypse hin oder her Kohle. Kann man ja mal gebrauchen. Ja. Geldgeile Schnitt halt, ne? Richtig. So, müssen wir mal gucken, wie wir jetzt hier runterkommen am besten. Ah, hier geht's weiter hier rüber. Aha. Ja. Ach, guck mal, ganz viel Kotzkopf rechts. Siehst du das? Drei Stück? Ja, sehe ich, sehe ich. Vielleicht kommen wir da ja hin. Aber ich glaube, das wird nicht so einfach. Oder? Doch, hier rüber. Hier. Was? Hier, folge mir. Ach, bist du schon drüben? Nee. Hier runter. Na, super. Und jetzt hier rauf wieder. Ja, ja. Ich wollte meinen Gleiter wieder mal benutzen. Aber immer, wenn ich das möchte, funktioniert das nicht. Pass mal auf. Mal gucken, ob die beide explodieren, wenn ich einen abschieße. Nö. Nur einer. Nein, 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 doch. So. Okay. Nimm die Kohle mit. Du hast es nicht anders gewollt. Richtig. Richtig, 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 richtig. So, das ist die Frage. Richtig, richtig. Ja, welche Frage? Wie kommen wir hier wieder runter? Oh, indem wir uns irgendwo eine Ecke suchen. Das ist ein bisschen sehr hoch, ne? Wir müssten eigentlich hier rüber, oder? Warte mal, ich gucke mal eben. Ich weiß nicht. Ja, wir müssten uns nach rechts halten. Darüber müssen wir. Pass auf, du hast einen Gleiter. Willst du probieren? Mhm. Ja. Spring nicht von da oben. Warum nicht? Ja, du könntest sterben. Von da oben stirbst du, wenn du dann nicht aufkriegst. Ich würde von hier unten probieren, mal einfach. Wow, cool. Hat doch Funst. Ey, Starki, Starki. Ole, ole, ole. War nicht weit und lang, aber es ging. Okay. Hey, komm, sag mal, sah ich cool aus? Du sahst total cool aus. Mega. Ah, oh, da kommt ein Penner. Ich hab mich voll erschreckt. Ja, ich wollte gerade losschießen. Ich dachte, es wäre ein Gegner gewesen. Ja, wegen dem Rot auch. Aber es war kein Gegner, schade. Es wird langsam dunkel, merkst du was? Ja, toll. Oh, ich sehe einen Kotzi. Hey. Scheiße, wir haben einen Schreier auf den Dings gerufen. Wo ist er? Warte, warte. Ich sehe nichts dank deiner Taschenlampe. Ich habe den Schreier schon gekillt. Da ist noch ein Kotzi. Okay, Schätzelein. Ich gehe mal Kohle einsammeln. Ja, gehe mal Kohle einsammeln. Dann gehen wir hier rauf. Warum siehst du nichts wegen meiner Lampe? Ja, ich konnte den... Da hinten ist auch noch Kohle. Warte, ich gehe mal eben einsammeln. Ich konnte den Schreier nicht sehen. Nein, weil du geblendet hast. Aber total. Okay. Wenn du willst, kannst du jetzt wieder anmachen. Nee, nee. Ich sehe schon alles. Ich bin jetzt mal gespannt. Oh, wir sind jetzt hier an der Kirche. In der Kirche. Die Kirche. Sogar mit Doppel-N. Ja? Mhm. Okay. Aus irgendeinem, keine Ahnung, roten Team. Auf jeden Fall nicht bei uns in der Gruppe der Stalker. Okay, dann lass uns mal hier weiter. Mhm, 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 mhm. Da, 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 da. Der Safe-Song wäre nicht schlecht. Ja, das stimmt. Oh, da ist die Brücke. Siehst du, hier steht ein Container. Oh, da ist ein Gebums, die Dings, den Bums. Ja, ein, siehst du, die, IC. Schut wie, na, du sagst nicht wieder nix. Wie siehst du ja nix. Doch, doch, ich. Jedes Mal, wenn du leuchtend düst. Okay, der kommt. Bum, bum. So. Da geradeaus ist noch ein Kotzkopf. Und, bumm. Und. Okay, ich mach Kohle einsammeln. Hi, 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 hi. Okay. Siehst du jetzt was? Ja, wenn du direkt da drauf leuchtest, ich nur weiß. Okay. Das ist, als wenn ich in deine Taschenlampe den Strahl gucke. Oh, ich hab aber jede Menge. Jede Menge was? Äh, warte, ich muss mal eben hier, das ist Schrott. Wir könnten mal in eine... Safe Zone gehen. Warte, welche liegt denn hier auf dem Weg? Äh, die Riverside ist under attack. Da kommen wir schon mal nicht hin. Also, haben wir nur Westview oder wir gehen nach Lakeside durch? Äh, können wir machen? Ja? Lass es uns tun. Hä? Okay. Wieso wechselst du jetzt auf die Uzi? Der Uzi? Ja, wollte ich doch gar nicht. Der Uzi. Ich hab auch die Uzi. Ja? Mhm. Nee, ich find meine Mac immer noch am besten. Ja, ich muss ein bisschen Muni sparen. Na, mach mal gucken jetzt. Ich hab noch 367 Schuss. Was, für die Mac oder was? Ja. Wo hast du denn die ganze Munition hier? Gekauft. Beim vorletzten Mal. Wow. Alter. Ich hab da nicht mehr so viel. Für die Uzi hab ich auch nicht ganz so. Warte mal. Uzi hätte ich noch 307. Äh, nein, stimmt gar nicht. 340 Schuss. 327 hab ich für die Uzi. Für die Mac hab ich dann doch noch ein bisschen mehr. Komm, wir machen mal ein bisschen Turbo. Tempo, Tempo, Tempo. Ja, echt? Also, die Mac hat sich zu meiner Lieblingswaffe entwickelt. Ja, wie ist geil. Das ist total genial. Du kannst super anvisieren. Ja. Ganz schön weit, ne? Ja, die macht auch jede Menge Damage, ne? Richtig, relativ schnell. Also, ist nicht so, dass du da, wie mit diesem Sniper zum Beispiel, irgendwie nur einen Schuss abgeben kannst? Nee, das stimmt. Das hat schon was. So, jetzt gleich dürfen wir in die Zone kommen, wo es ein bisschen mehr Action ist. Oder es wird gleich, gleich hell. Kann das sein? Kann das sein? Er ist dunkel geworden. Ah, davon ist ein Spieler. Hell werden, ja? Hm, 12 Uhr. Aha, ich gucke, 12 Uhr. Ich sehe nichts. Der ist hinterm Berg verschwunden. Okay. Linke Seite, ne? Ja. Oder? Nee. Was ist das? Äh, du Feigling! Wo ist er hin? Er hat sich versteckt. Ich habe ihn aber gesehen. Er wird die einen Loch in den Hintern schießen, aber es geht ja nicht, weil wir PvE sind. Warte mal, da ist die Safe Zone, ne? Was? Wo? 15 Minuten. Geradeaus ist die Safe Zone. Wir umgehen die, komm mit. Wir umgehen die, weil die andere Attack ist. Ja, da wird eine Menge los sein. Und jetzt im Dunkeln ist das nicht ganz so witzig. Eskort mischen. Ja, die kann der, kann der Wohin stecken, die Eskort mischen, du. Ja. Doch, ich dachte, ich hätte was gesehen. Ja, was hast du denn gesehen? Nee, ich dachte. Ach so, du dachtest. Ja, ja, aber das mit dem Denken, ne? Ja, das ist. Ja, da vorne kommt ein Crawler. Auf 12 Uhr. Yes. Do you see him? Yes. Komm los, wir gehen ein bisschen ballern. Na gut. Ich habe wohl die Befürchtung, dass jetzt gleich hier jede Menge Viecher kommen werden, wenn wir hier runter gehen. Aber... Ich hoffe, dass es bei dem einen Crawler bleibt. Ah, er hat uns entdeckt. Warte, warte, rückwärtsgang. Gut. Oh ne. Schreier. Wo? Ich habe ihn gehört. Komm zurück, komm, komm zurück. Hier runter. Wow. Scheiße, mich hat gerade was angespuckt. Ah, da. Dankeschön. Gut, bitteschön. Wow, den habe ich nicht gesehen. Zwei Schreier. Ich habe ihn nur gehört. Drecksack. So ein Drecksack. Ich habe nur gehört. Pistol Frame. Puppitzen. So, dann wollen wir mal... Hier vorne ist auch noch was. Einsemmeln, oder? Ja, ich gehe auch mal ein bisschen semmeln. Ja, mach mal. Ja, ja, wir sind halt in der Nähe der Safe-Zoom, nicht? Ja, mal eben nachladen. Wo bist du? Dann komm, wir gehen hier durch. Okidoki. Okidoki. Hopp. 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 Pferdchenlauf-Galopp. Ich bin echt gerade erschreckt, im Wasser zu landen, ey. Meine. Schnittchen macht sich gerade wieder ins Höschen. Du bist ja lustig. Es ist dunkel, Mensch. Und ich bin Mädchen. Ja, ist doch nicht. Ah, hier, Auto. 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 Ah, I see a mantis. Oh, I have money. Thank you. Guck mal da oben. Wo? Links da. Ja, da. Da ist der Mantis. Nein, zurück. Ja, da hinten. Äh, lass den mal. Ok. It's very dangerous in the darkness, äh, hier zwischen... To fight a mantis. ...zwischen der Häuser zu kämpfen. Zwischen der Häuser. Ja. Warte. Oh. Fertig, komm. Da hinten. Hä? Ach, der läuft in eine andere Richtung da. Ich hab hier mal ein Schießen gehört. Ja? Ja. Komm, wir gehen mal da runter. Da hinten links. Da, 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 da. Ich mach mal mein Licht aus. Wo ist er hin? Weiß ich nicht. Vielleicht ist er gestärbt. Komm mal hier rüber mit. Was? Oh, mir hörst du es? Ja, da ist richtig Party. Zeig ich doch. Äh, hier geht's nicht weiter. Wait, I can't see nothing. Da hinten? Was war denn das? Komm, wir gehen hier runter. Weht da gerade aus. Ja, da liegt eine Kiste. Ja. Im, im Krankenwagen. Hab ich gesehen. Hol sie dir, los. Und da hinten liegen ganz viele Sachen. Da ist jemand gestorben. Ja, schnell. Oh, warte. Ich geh, ich guck mir mal die Kiste an. Du kannst ja da einsammeln. Not enough space. Hier willst du ein 9mm Barrel haben? Ne. Will ich nicht. Kann man verkaufen. Ja, weiß ich. Entschuldigung. Ich denke, du schießt den hier auf einmal neben mir. Aua. Ah, ich hau mir hier voll vors Headset. Wo bist denn du hin? Ich bin hinter dir. Ach so, da. Nein, mir fliegt hier die ganze Zeit so eine kleine Fliege rum die Ohren. Komm, wir gehen zum Westview rauf. Ja, mach mal. Hier vor. Ich folge dir. Und die wollte ich wegschlagen und über mein dämliches Headset voll im Wind. Ja, hast du gehört? Erster schießt sie mich. Ja, also wir spielen schon so lange. Ich hab voll den losen Daumen. Ich glaub da oben rechts ist was in dem... Hallo? Hör auf zu laufen. Ich kann nicht stehen bleiben. Du musst mal springen. Na, danke. Du hast dich todesmutig vor mich gestellt. Also hier in dem Gebäude ist irgendwas drin. Ich hab's leuchtend sehen. Ja, lass mal gut sein. Wir müssen... Ja, ich kann ja sowieso nix mitnehmen außer Kohle vielleicht. Wir müssen hier über die Brücke. Weil wir müssen dringend in die Save-Zone. Komm mit, Schlittchen. Ja, was bist du denn so schnell? Ist die Save-Zone denn auch noch Save? Was ist die? Was ist die? Was ist die denn jetzt? Ja, die in... Die... Also die, wo wir hinwollen. Wo ich jetzt hinwollen. Die in die... der vollen Auto. Die, 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 die. Ja, der ist. Wir gehen jetzt in die... Die, 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 die. Die, die, die. Wir gehen in die Doodle Safe Zone. Hold it to search. Okay. I'll do my very best. But I found nothing. Nee, du hast XP verkriegt. Na, Dolle Wust. Komm zu Dolle Wust. Kelber. Hat ein... selbstmord gemacht wir gehen jetzt immer geradeaus selbst und super jetzt ist römer was römer seit was kann das ist was ja da hat es gerade er heute ist nicht mein tag tag schütter voll erschreckt schon wieder komisch auf jeden fall weil ich sagen davon hat irgendwas geblinkt ja ja ich habe mal gucken was hier so rum blingst ja es geht ja auf keine kuh hat geht das ja nicht kann es nicht wieder hell werden gleich gleich wenn wir die aufnahme beenden damit zählen wie immer ich hab gar keine stamina mehr hinter dir so nicht hat zwar ja freundchen sammeln ein ich glaube takt ja sag ich doch okay wir müssen hier rüber wir sind jetzt gleich in der safe zone verkackter crawler jetzt weiß immer wie es mir immer geht jedes mal verdammtes sauvie zeug ehrlich so wo sind wir denn ach wir müssen hier und da ist noch ein krankenwagen ich gehe mal eben gucken ja kommt oder sind mehrere krankenwagen krankenwagens krankenwagens sind ganz viele krankenwagens ja nichts drin ein zwei drei ganz viele was drin aber hier ist eine kiste und da drin hallo bist du auch auf jetzt die kann ich auch nicht und kann ich immer mitnehmen mein winter ist voll ich auch nicht pimpels liegen lassen schätzelein ja hier vorne ist ein gegner warte mal ehrlich ja ja da ist was gehört kleiner crawley ich wollte gerade gucken ob ich irgendwas wegschmeißen kann also ich kann nichts mehr mitnehmen so es wird hell schätzelein da kommt noch was wo keine ahnung ich habe was gehört ja ich höre ein crawler kommit wir gehen runter wir müssen zur starbe zone weiß wo wir sind weiß dies ist die street wir wie v und doch ums an fingen elz ja keller was hängen im grün weit da oben auf dem dach ist noch was wir sind hier direkt an der same vision aber ein bisschen krach sich noch mal schießen ja gleich krach komm los wir gehen hier nicht was da liegt was warum mache ich das überhaupt auf ich kann ja eh nix mitnehmen was soll hier doch kann ich zigaretten kann ich nicht mitnehmen crunchy bands kann ich nicht mitnehmen ok komische löcher not enough space so ab in die safe zone ich bin in der safe zone wir haben es geschafft so jetzt müssen wir dringend verkaufen hier ja weg mit dem ganzen scheiß so wird man wieder sammeln können ich bin oben ich auch so ja dann verkaufen verkaufen ach so nee warte mal dieses äh sell ach nee ich sniper habe ich ja schon da werde ich das anlogen und verkaufen oh geil sell was mit der sally war ich zähl die sally aber so ich habe genug kohle ich kann mir jetzt mein zweiter in armschutz kaufen nicht dein ernst doch es ist sauer rein warte aber ich glaube nicht dass ich so viel zusammenkriege komm hier ich habe was für dich verkaufen 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 gleich 6.000 6.000 626 6.000 6.000 970 bei 6.000 133 und 6.000 144 sind wir nicht genug hier ich habe was für dich verbimmeln das mal kriegst du richtig kohle für first at kit ich glaube ich selber noch das soll ich verkaufen jetzt habe ich zwei stück muss ich alle beide verkaufen das ja du mach doch na toll sind beide weg und ich habe nur etwas über 100 dafür gekriegt hast du was wie viel brauche ich denn ich guck mal eben komm schon komm schon komm schon komm schon was wollte denn kaufen na so einen armschutz hier 11.264 kostete zweite für den rechten aber ich hab den zweiten guck mal siehst du den oder siehst du den jetzt nicht guck mal auf meine feine luket du kannst sie nur einen stachelarm okay aber der second stachelarm auch und jetzt ich würde sagen wir machen hier ein kleines pauseli schon wieder ich bin hinter dir möchte ich Herr wir machen gleich 감사 guck mal guck mal pass auf ich mache sure gates decides viel story kalt ich danke euch für das zuschauen war leton mari du es www.siese1.net gut damit dann das LS für zu schauen und trocken und so indicated wir uns noch tut hältst du ist eindlich ist ein schасть und ich Bis zum nächsten Mal.